Oh mein Gott, Marcel zu dem Skorpion ist live! Und wo spawnt er? Klar würde ich das safe, Marcel. Oh mein Gott, Jungs, ich hab so einen geilen Spawn gerade. Knacksch, 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 knacksch! Nein, hier ist einer gespawnt. Hast du den? Nein, Marcel, noch einer. Es ist leichter, es ist krass! Es ist nicht normal, ich mein's ernst. Schau mir jetzt mal Felix, Digger. Nee, komm, ja. Lobbyerror 49989, soll ich da jetzt anrufen und ... sagen, oder was? Mogando den Hure ... Nein, raus der Lobby, Digger. Nein, ich kann nicht raus, Digger, es geht nicht, Mann. Traumlobbying, der ich doppelten... Ah, jetzt geh ich raus, okay, das war's. So, seine Mutter, die Knochenhure. Danke, 11 Euro von Last King. Wenn du eine Kartoffel wärst, wärst du eine Süßkartoffel. Ich küsse deine Ohrläppchen. Schöne Grüße aus Wiesbaden. Schöne Grüße zurück. Ohohohoho. Hey, bitte kipp das mal einer, Digger. Gott, der Hund ist so explodiert, Digger. Durch die Stahlverfalle. Weißt du, was die Runden grad mit meinem Penis zu tun haben? Erzählst du? Beide haben die perfekte Länge, Digger. Ich krieg den Kill wieder nicht, was ist denn hier? Ich weiß nicht, irgendwas stimmt mit mir in diesem Spiel nicht, Mann. Guck mal, was ist das? Habe ich Aim Assist aus, oder was? Er hat mich nicht wahrgenommen, Digger. Er hat wahrscheinlich irgendwas gehört, aber dachte sich so, so schlimm wird's schon nicht sein. Okay, gut, weil ich stream grad, ne? Okay, ich liebe dich. Viel Spaß noch. Ich liebe es, es sind in der Zeit vier Gegner an mir vorbeigelaufen und keiner hat mich gesehen, Digger. Na, der holt mich natürlich. Prices hat Montana Black & Sub gegiftet, alles klar. Digger, er ist Pamarsch, Mann! Schon wieder, Digger! Nein, die Nate, euch hattet die. Aha! Ja, da hab ich deine Ehre genommen, Leute. Oh mein Gott, Leute! Komplett. Die spawnen jetzt links, aus. Digger! Ich trau mich immer so was gar nicht zu sagen, Digger. Wenn dann jemand sagt, so, ja, ne, doch, Chat geht, Digger, dann würde ich am nächsten den Chat aus, äh, den Team ausmachen. Digger, man muss einfach die Leute ein bisschen animieren dann. Wenn nix persönliches gegen einen, Digger, nur weil die Spasten nichts reinstellen. Doch, absolut persönlich. Dein Spaß. Alle selber am Suften, ja. Ihr wisst ja, bei mir werdet ihr beleidigt, Leute. Hab ich euch ja schon mal gesagt. Ein Jahr Sub bei mir ist so wie ein Jahr hartes Mobbing in der Schule. Mobbing ist nicht lustig, Freunde. Hab ich auch schon mal neulich gesagt. Nein, er ist da gesp... Hey, hey! Man kann nicht von da kommen, nein! Mein erstes Mal Annihilator in dem Spiel. Ich mach mal kurz nach. Ich mach jetzt so ne Save für Nuklear, Jungs. Das ist mega. Komm, Challenge Gegner. Ja, ganz links hab ich eigentlich... Mitte ist halt jetzt so. Ich komm weiter links. Ich hab einen Kill-Up gestoppt. Alter, ich hab mit jedem... Mit jedem Schuss einen Treffer gemacht. Will den Highlighter. Boah, hinter die gespawnt. Jungs, könnt ihr gleich... Können wir gleich die Flangen bitte sichern? Äh, B, wann müssen wir B sichern? B links? 150 Herrschaftspunkte der Gegner. Oder 100... Lass 140 machen. Nein, ich stört wieder von hinten. Ey, ich hab keinen Bock mehr. Jungs, in jeder Kill-Cam. In jeder fucking Kill-Cam. Seh ich, wie der Gegner gerade spawned und mich einfach nur abknallt, Digga. Oh mein Gott, Digga. Hohohoho. Der war echt böse, Digga. Das hat mir irgendwie leid. Guck da, das wär doch nie in BO2 passiert, Digga. Ey. 50 Schuss und 11 Burst ist eigentlich echt leid. Das Timing ist... Mann, Leute. Es ist nicht normal, Digga. Ich schmeiß sie wirklich in der Sekunde, wo der kommt, ne? Und ich denk mir die ganze Zeit, ich will sie gar nicht schmeißen. Alter, Invictus Trial of the Truck ist noch gut, die 3 zu 10. Er hat mich zweimal schon geschuld, Digga. NEEE! Der schlechteste von allen, Digga. Flex, Flex. Anybody come Durex. Ich glaub, so geht der Text, glaub ich. Durex kommt auch vor die Kondommerke. Ich glaub, mein Auge ist gerade geplatzt. Ich glaub, ich hab nur ein Auge. Digga, genau wegen so Toden baut sich bewusst auf. Weil er mich da abaimt. Er aimt da ab, dass ich da hoch fett. Oh mein Gott. Rest in Peace, Digga. Also meinst du jetzt das Ironische, oder was ist das? Oh mein Gott. Alle da. Ey, das ist doch nicht normal, Mann. Ey, das kann nicht passieren, Digga. Meine Fresse, Alter. Nie laufen da 3 Jahre lang. Nie. Das ist wahrscheinlich das wichtigste COD für mich. Im Übrigen heiße ich auch Z-King-Scorpion-V2. Weil es so mein zweiter Anlauf ist, mit COD nochmal durchzustarten. Das war so meine Idee, by the way. Oh, ich werd abgeschossen von draußen, Jungs. Aus der Zone kommt einer. Oh, bitte finischt mich nicht. Warte, warte, ich hol mir den, ich hol mir den. Es sind zwei. Einen hab ich. Ich hab drin im Haus, Jungs. Ich hab keinen lernen. Ab 2. Ab 3. Hab das ganze Squad. Erst was auch? Digga, hör auf, Digga. Ich dachte früher Sex ist so, heilt einen von allen Krankheiten und so. Bevor ich das erste Mal hatte und gemerkt hab. Naja. Bin ich erstmal mit den Pedalos aus dem Schlafzimmer gefahren. Das wär doch der heftigste Move, stell ich dir erstmal vor. Bei so einem One-Night-Stand habt ihr so Pedalos dabei, aber ihr sagt nichts dazu. Und dann am Ende packt ihr die raus und fahrt einfach damit nach Hause, Digga. So 60 Kilometer nach Hause fahren, Digga. Oh, spring nicht so, Digga. Du machst mich aggressiv. Du hast den Scheiß-Graft nur, weil du von mir gekauft hast, Junge. Was für Konterdrohne, Junge? Was laberst du, Mann? 23-10, ich spuck dich an, Digga. Gut, oder? Digga. Hey, pass auf, Schatz, deine Brüste fallen fast drauf. Ich weiß nicht, ich mach dir einen Taxi-Garde. Erstmal übergeben. Ja, ja, schon. Schatz? Was ist los? Habt ihr den im Haus? Wo hat der die Stolperfalle platziert? Das ist nicht legit, Digga. Hä? Dann kommen die beiden und müssen bald kommen. Deine Rosette riecht mega, Bruder, auch ihre Dankeschön, Mann, dass du da schon mal dran geschnuppert hast. Also ich würd sagen, da bin ich auch gesegnet, ne? Und bringt im Übrigen auch bald ein paar Farf raus, was aus 100% Marcel's Arsch besteht. Ich kann nichts machen. Man kann nichts machen. Man drückt doch Viereck! Wieso geht es dann nicht weg? Dieses scheiß Elektro-Hurensohn-Auto, Digga. Es macht keinen Sinn. Ich mein's ernst. Noch schneller hätte ich nicht drücken können. Ehrlich nicht.